Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute wollen wir uns endlich mal mit Scrum beschäftigen. Scrum ist ein sozusagen Framework, wie man Software entwickeln kann. Also es ist nicht wirklich, mach das, mach das, mach das, sondern es ist sehr flexibel. Deswegen nennt man es auch ein agiles Framework. Es gibt noch mehr agile Frameworks, aber man kann sich recht gut daran orientieren und es ist sehr, sehr beliebt bei Unternehmen, nicht nur bei Unternehmen, eigentlich überall. Wir werden es auch im Community Projekt benutzen und der Grund dafür ist einfach der, wir sind sehr, sehr flexibel mit Scrum, aber gleichzeitig auch trotzdem ein bisschen geleitet und es ist sehr, sehr leicht zu lernen, wie ihr gleich merken werdet. Also es ist wirklich nicht schwer und es ist eigentlich relativ auch leicht umzusetzen am Ende. Ich werde euch auch ein bisschen Praxis dann noch zeigen, wie wir das Ganze im Community Projekt aktuell verwenden bzw. verwenden werden. Und ja, die drei wichtigsten Punkte bei Scrum sind erstmal Transparenz. Das bedeutet, jeder weiß, was im Projekt gerade vorgeht. Und ihr seht, hier ist Kommunikation sehr, sehr wichtig. Das heißt, jeder kann auch vielleicht, wenn er irgendwo anders auch noch Ahnung hat, kann er auch noch einem anderen Team helfen. Oder ja, jeder kann sozusagen jedem helfen in seinem Team auf jeden Fall. Und man ist sehr flexibel, das heißt, man kann auch irgendwie, sagen wir mal, es kommt ein Bug rein. Dann kann man sagen, okay, dieser Bug wird gefixt und zwar relativ zeitnah. Und das ist auch sehr, sehr wichtig und irgendwie auch sehr nützlich dabei. Und man möchte jeden Prozess verbessern. Das heißt, Scrum sagt nicht irgendwie, mach das, mach das, sondern man sagt, Scrum gibt euch so eine grobe Richtung vor und je nachdem, wie es für dein Unternehmen bzw. deine Leitung passt, machst du einen anderen Prozess draus, der vielleicht dann noch ein bisschen besser auf dich zugeschnitten ist. Und das ist sehr, sehr cool, weil man natürlich dadurch auch wirklich ein bisschen flexibler ist, wie bei dem Wasserfallmodell. Das heißt, wenn wir, sagen wir mal, das Problem haben beim Wasserfallmodell, es ändert sich eine Anforderung. Ich zeige euch ganz kurz nochmal das Modell. Ups, das war das Falsche. So, hier, wir haben eine Anforderung und die ändert sich. Das kommt mal vor. Zum Beispiel möchte jetzt auf einmal irgendwer irgendwas anderes haben. An dem ganzen, naja, an allem eben. Beispiel aus dem Community-Projekt. Sagen wir mal, eine Anforderung wäre gewesen, es soll eine Geldwährung geben. Und man kann sich eben Geld verdienen, indem man eben zum Beispiel irgendwas macht. Also zum Beispiel eben eine Website hostet. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, eine andere Anforderung. Ich will jetzt kein Geld, sondern ich will eine Kryptowährung haben. Und diese Kryptowährung soll natürlich nicht nur irgendwie online durch Webseiten oder so was verdienbar sein, sondern auch zum Beispiel durch Mining. Dann hat man eine sich geänderte, äh, eine geänderte Anforderung. Und, ähm, diese geänderte Anforderung muss natürlich auch irgendwie übertragen werden. Beim Wasserfallmodell sehen wir, wenn wir hier unten sind, im Entwurf oder in der Implementierung gar schon, dann haben wir ein Problem. Es geht nicht mehr weiter. Ähm, das bedeutet hier Anforderungen, äh, fest, starr. Beim, beim Scrum ist es sozusagen, ja, man kann Anforderungen irgendwie immer noch flexibel ändern. Man kann alles anpassen und man kann recht schnell irgendwie drauf reagieren. Okay, so, ähm, die Grafik ist vom KIT. Es gibt einfach keine bessere Grafik, um Scrum zu lernen. Ich habe irgendwie wirklich keine bessere gefunden. Und, ähm, ja, die ist einfach wirklich super gut. Deswegen dachte ich mir, ich übernehme die einfach mal. Und zwar, Scrum ist wirklich super, äh, erklärt hier eigentlich schon. Ähm, im Endeffekt genau das. Man hat erstmal einen sogenannten Product Backlog. Der wird von einem Product Owner gepflegt. Im Product Backlog steht wirklich alles drin, aber abstrakt, also relativ abstrakt drin, ähm, was genau jetzt hier in unserem, in unserem Projekt alles vorkommen soll. Also zum Beispiel, es soll eine Kryptowährung geben, es soll einen Browser geben und so weiter und so fort. Das steht alles im Product Backlog. Der Product Backlog ist aber nicht sehr spezifisch, ähm, ähm, aber enthält dafür logischerweise alles. Und kann dann natürlich auch, äh, dynamisch irgendwas Neues einfügen. Man kann wieder was rausnehmen, wenn man keinen Bock mehr drauf hat oder irgendwas eben nicht mehr reinpasst oder sowas. Und man kann natürlich auch Sachen verändern. So, dann hat man, ähm, immer ein sogenanntes Sprint Planning Meeting vor einem sogenannten Sprint. Ähm, Sprint kommt tatsächlich von einem Sprint sozusagen. Ähm, man hat da wirklich eine kurze Zeit. Normalerweise sagt man 30 Tage länger, soll es nicht gehen. Und das ist ein Zyklus, in dem wird dann auch wirklich die Software geschrieben. Das heißt, hier drin entsteht die ganze Software. Und davor hat man ein sogenanntes Sprint Planning Meeting. Das heißt, da treffen sich alle Leute oder alle zumindest aus einem Team. Also bei uns, bei über 100 Leuten, ist es ein bisschen schwierig logischerweise. Ein Team sollte normalerweise nicht so groß sein. Deswegen treffen sich da die Hats und entscheiden, was alles in den sogenannten Sprint Backlog kommt. Der Sprint Backlog, der enthält wiederum alle Details sozusagen, was man tatsächlich jetzt implementieren möchte. Also sagen wir mal, wir sind aktuell an der Kryptowährung dran. Dann brauchen wir die Funktionalität erstens mal, dass wir die Kryptowährung haben. Das heißt, dass es irgendwo einen Zähler gibt, der diese Kryptowährung eben repräsentiert pro Spieler. Wir haben die Möglichkeit, Kryptowährung zu erstellen, indem man minnt und indem man Webseiten hostet, indem man Apps hostet und so weiter und so fort. Also solche Dinge werden dann eben in den Sprint Backlog geschrieben. Und dann muss man ausrechnen, okay, wie viel, also man hat ja auch immer eine gewisse Anzahl an Story Points, nennt sich das Ganze, auf jedem Eintrag im Product Backlog. Das heißt, wie viel bringt mir das Ganze und wie viel Zeitaufwand ist das Ganze. Das wird beides dort im Product Backlog noch eingetragen. Und das macht man auch beim Sprint Backlog. Man rechnet sich aus, okay, wie viel Zeit brauche ich ungefähr. Und dann versucht man das Ganze so aufzuteilen, dass man diese 30 Tage eben nicht zu leer, aber auch nicht zu voll hat. Ich sage da gleich noch ein bisschen mehr dazu. So, das heißt, im Sprint Backlog steht tatsächlich nur das drin, was für den Sprint gemacht werden soll. Also für diese 30 Tage oder maximal 30 Tage. Es kann auch deutlich kürzer sein. Hier ist man sehr flexibel eigentlich. Genau. Und dann geht es tatsächlich in den Sprint rein, wo die Software auch wirklich entwickelt wird. Also nach Priorität logischerweise dann. Eigentlich sagt man hier auch schon, nach Priorität wird ausgewählt. Also was bringt am meisten und was kostet mich am wenigsten Zeit. Und was bringt das Projekt am weitesten nach vorne sozusagen. Und dann hat man hier eben diesen Sprint Backlog, wo alles drin steht. Und dort werden dann die Features, ja, sozusagen implementiert. Und das Team trifft sich dann aber trotzdem täglich. Also zumindest sagt man das für Scrum. Das wird bei uns auch nicht klappen. Aber werden wir dann so anpassen, wie wir es brauchen. Das Team trifft sich so häufig, wie es eben geht. Also nicht dauerhaft, aber täglich ungefähr ist angepeilt für ein sogenanntes Daily Scrum. Wo man andere informiert, was man gerade macht und warum man das gerade macht. Und wo man vielleicht Hilfe braucht. Wo man vielleicht aber auch wirklich schon gut vorwärts ist. Und dann kann man sich so austauschen. Und vielleicht kann auch jemand anders aus dem Team dann eben helfen bei den Aufgaben, wenn man gerade nicht mehr weiter weiß oder auf dem Schlauch steht zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch so ein paar Abreißzettel sozusagen, wo man sich dann tatsächlich an eine Pinnwand zum Beispiel hängen kann. Das ist mein Sprint, ja, Goal eigentlich. Also das Ziel von dem Sprint im Endeffekt. Und dort kann man dann die einzelnen Zettel abreißen oder als erledigt markieren. Und woanders hin hängen dann zum Beispiel. Aber wir machen das online. Ich zeige euch gleich noch, wie wir das Ganze benutzen werden. So, und nach einem Sprint, dann trifft man sich immer noch auf ein Review-Meeting. Das heißt, was genau ist passiert in diesem Sprint. Ist alles gut gelaufen? Ist alles nicht so gut gelaufen? Und wenn jetzt irgendwie während dem Sprint irgendwas Gravierendes passiert, dann kann man im Notfall noch sagen, man trägt es in Sprint-Backlog ein. Aber normalerweise sollte dann irgendwie ein großer Bug oder sowas, sollte im Product-Backlog eingetragen werden. Denn dieses Sprint-Ziel ist einfach fest. Das möchte man nach diesen 30 Tagen dann eben haben. Und das wird dann eben auf dem Sprint-Review-Meeting auch vom Team natürlich dann, ja, sozusagen diskutiert. Wie weit ist man gekommen? Hat man alles geschafft? Was hat sich vielleicht verbessert? Was ist jetzt tatsächlich neu rausgekommen? Und wie kann man das Ganze, ja, noch mehr besser machen? Das ist tatsächlich auch noch ein spezielles Sprint-Retrospective hier. Das ist auch ein gewisses Meeting. Wo man sich dann nochmal zusammensetzt und sagt, okay, vielleicht hätte man in einem Sprint was besser machen können, was schlechter machen können. Also was ist gut, was ist schlecht gelaufen? Genau. Und danach geht es dann tatsächlich direkt wieder weiter mit dem nächsten Sprint. Das heißt, man kommt eigentlich von Sprint zu Sprint. Eigentlich sprintet man die ganze Zeit, aber das macht nichts, weil ja, dieser Product-Backlog hier wird vom Product-Owner, ja, sozusagen veranstaltet. Und dann hat man hier dieses Sprint-Planning-Meeting direkt nach dem Retrospective- und Review-Meeting eigentlich direkt wieder, wo man sich dann trifft und den Sprint-Backlog wieder entscheidet und dann geht es direkt wieder los. Das heißt überhaupt kein Stress eigentlich. So, jetzt was genau macht der Product-Owner, habe ich schon gesagt, der ist eigentlich für das System an sich verantwortlich und macht dann eben die Einträge im Product-Backlog. In unserem Fall sind es die Teamleiter. Was machen die Teams? Klar, die coden das Ganze und ja, die entscheiden auch ein bisschen, was wir alles in einem Sprint reinpacken können. Und der Scrum-Master, den sieht man da oben, das ist der Typ hier, der ist dazu da, um Scrum richtig einzusetzen. Tatsächlich, also es ist tatsächlich nicht nur eine Person, die Scrum-Master ist, sondern die kann natürlich auch noch mehr machen. Der hilft, um eben Scrum richtig anzuwenden und versucht eben wirklich alles zu optimieren, was er kann, so im Hintergrund. Aber nicht unbedingt, also es ist wirklich nicht unbedingt nur ein Scrum-Master, dann von Beruf sozusagen Scrum-Master. Nein, der gehört dann auch noch zum Team zum Beispiel oder ist dann Product-Owner. Also das kann schon derselbe sein. Der Product-Owner übrigens ist auch noch natürlich sehr, sehr wichtig, dass der immer möglichst schnell erreichbar ist und irgendwelche Unklarheiten gleich mal klarstellt. Also wenn da zum Beispiel abstrakt irgendwas draufsteht, was man irgendwie vielleicht nicht weiß, was das sein soll in einem Sprint-Planning-Meeting oder sowas, dann muss der auch helfen und sagen, okay, das ist das und das ist das. Also der muss sozusagen immer auch den Kunden in Anführungsstrichen vertreten und dann eben direkt eingreifen können und sagen können, hey, das geht so oder das wollen wir so haben. Also sozusagen Unklarheiten aus der Welt zu schaffen. Und der Scrum-Master, der ist eben dazu da, um wirklich dem Team den Rücken auch freizuhalten. Also sowas wie irgendwelche Meetings mit anderen Leuten, irgendwelche Meetings mit dem Kunden oder sowas, irgendwelche ständigen E-Mails, keine Ahnung, irgendwie solche Sachen halt, die macht der Scrum-Master möglichst, damit das Team einen freien Rücken hat und wirklich sich aufs Coden konzentrieren kann und von mir aus auch noch auf die Teamarbeit, das heißt mit dem Team dann im Endeffekt sprechen. Aber das gehört zum Team, klar, aber der Scrum-Master macht dann halt solche Sachen wie Anfragen von irgendwelchen anderen. Ich meine, ich mache im Endeffekt momentan den Scrum-Master für alle hier, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Anfragen beantworte. Klar, ihr habt natürlich auch noch alle haufenweise Anfragen, aber trotzdem. Da kriegt man dann vielleicht am besten die Idee, was das sein soll. So, Teams sollten eigentlich klein sein für Scrum. Also nochmal kurz zum Team. So sieben Leute ungefähr. Ich weiß, wir haben deutlich mehr, aber wir machen ja auch ein Scrum of Scrums, was dann wiederum, wir machen sozusagen ein Scrum in den Teamleitern und die darunter machen wiederum ein Scrum sozusagen. Und das ist eigentlich ziemlich witzig, weil ja, das ist richtig cool, aber auch natürlich deutlich komplexer als ein normales Scrum. Aber man kann sich, glaube ich, vorstellen, also das heißt, die Heads machen sozusagen ein Scrum und die Teams unter sich machen dann wiederum ein Scrum. So in etwa kann man sich das Ganze vorstellen. So, jetzt noch kurz zu der Zeitauslastung. Wir haben ja hier gesagt, wir wollen, also wir sagen hier ungefähr beim Product Backlog schon, wie lange irgendwas braucht und dann sagen wir, wie viel wollen wir da ungefähr in den Sprint Backlog reinstecken. Das heißt, wir wollen möglichst diese 30 Tage auslasten, aber Vorsicht, wir wollen es nicht komplett auslasten. Das bedeutet, wir wollen nicht einfach sagen, hey, wir machen alles, was wirklich diese 30 Tage vollhaut und am Ende reicht es absolut nicht aus, sondern man muss das relativ gut kalkulieren, denn man muss auch ein bisschen normale Ablenkung sozusagen reinrechnen. Also 25 bis 35 Prozent sind tatsächlich als Ablenkung drin, so überlegt man sich das zumindest, zum Beispiel für irgendwelche Anrufe oder sowas oder eben diese Organisation, die man hat und dann erst, also nur 35, beziehungsweise sagen wir mal, einer arbeitet im Monat, naja, sagen wir mal, wir haben ja keine Vollzeit, Leute hier, 40 Stunden, das ist schon recht viel und davon muss man dann natürlich nochmal 35 Prozent abziehen und dann hat man ungefähr die Zeit, die man reinstecken kann, wirklich. Also ganz grob jetzt natürlich für uns ist das sowieso nicht wirklich anpassbar, aber ja, man muss immer noch ein bisschen was abziehen für eben diese Meetings und so weiter und so fort. So, gut, dann möchte ich euch das noch ganz kurz vorstellen, wie wir das hier jetzt bei uns tatsächlich machen und zwar haben wir hier in unserem, also nur ganz grob wirklich, wir haben Redmine eingerichtet, beziehungsweise die Admins haben Redmine eingerichtet, danke dafür natürlich und wir sehen hier ganz grob, was man eben hat. Man hat hier eben den Sprint und man hat den Backlog und im Backlog werden dann tatsächlich hier solche Features, also wirklich sehr abstrakte Features, gut, okay, Flask, Struktur erstellen ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so aussagekräftig, aber wirklich sehr abstrakte Sachen, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, werden hier reingesteckt in den Product Backlog und können dann natürlich hier werden die Story Points, SP steht für Story Points und auch der Aufwand ist hier noch nicht eingetragen, kann man aber alles machen, indem man hier, ich wollte doch gar nicht rechts, drauf geht und dann hat man hier eben, okay, was ist die Priorität, die ist jetzt hier normal, Status ist neu, gut, okay, Story Points ist dann tatsächlich, wie viel bringt uns das Ganze, wie viel ist erledigt davon, wie viel ist der Aufwand davon, das ist so in etwa das ganz grobe und hier kann man natürlich dann auch sagen, okay, ich teile das Ganze für meinen Sprint dann wiederum weiter auf und habe dann mehrere Unteraufgaben sozusagen und kann dann natürlich auch sagen, wie viel Prozent sind schon durch, wie viel Story Points bleiben noch übrig und so weiter und so fort, also solche Sachen kann man dann hier tatsächlich machen und im Sprint haben wir hier natürlich nochmal die etwas feineren Features sozusagen, die man dann alle implementiert, versucht zumindest zu implementieren in einem Sprint, also man sollte immer schauen, dass das Sprint-Ziel nicht gefährdet wird, aber man kann natürlich auch trotzdem sagen, wenn jetzt da irgendwie ein heftiger Bug oder sowas auftritt, man kann gar nichts mehr machen, dann muss das natürlich zuerst gefixt werden, also ganz fest ist es tatsächlich nicht. Okay, ja und das ist tatsächlich auch schon Scrum gewesen, zumindest ganz grob, ihr werdet, wenn ihr im Community-Projekt mitarbeitet, dann werdet ihr hier natürlich auch mitvertraut werden und das Ganze hier genauer kennenlernen. So und ich hoffe mal, es hat euch soweit gefallen und ja, wir hören uns dann schon wieder beim nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt direkt hier mit der Serie weitermache, mal gucken, inwieweit wir hier überhaupt noch was brauchen und was wir genau brauchen. Ich werde es jetzt natürlich, wie gesagt, ans Community-Projekt anpassen und abonniert mich einfach, dann erfahrt ihr immer sofort, wenn ein neues Video da ist und zu welchem Thema, wird euch dann wahrscheinlich hoffentlich egal sein. Okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal und ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.